Ss Tss Daaa Bin wir da? Schön Der zieht schon mit 20 ein Was soll das lustig? Das alles Hoppla Stahlkisten Ist auch schön Was soll das noch dahinter? Ein Händler? Ein Neubegranz? Oder was? 100 Römer Wow 100 Römer gegen 2 Galler Der Kind Ich müsste schreien wenn die Römer gehen Baum 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 Huff Mal wieder die anderen Kompo einsetzen So ist recht und das wird wahrscheinlich den ganzen Partys zu Anspruch nehmen denn das ist eine schöne Zahl immer gespannt was bis wohin die Zahl noch steigen wird bis anders noch mit anderen Kombos aber die Anzahl an die ist wesentlich verkürzt ein Gegner oder beziehungsweise an Zeit das sind doch Düsseldorfer auch keine Lust so einfach mal quer durch Halbzeit so kommst du mir jetzt blöd oder was schön dass du das auch mal geblickt hast wow boom 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 ja jetzt hast du weiche Knie nicht yes das war das was ich vorhin angesprochen hatte das ist das ist du kannst du mal der 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 die 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 mit nicht das alles ich hab's in die Kitsch meine Munde noch. Oh, jetzt wird er aufgeräumt. Ja! Okay, da ist nichts. Da können wir ja aufräumen. Ah, nein! Nein! Ich liebe es! Ich liebe es richtig! Ich kann es nicht mehr sehen, Leute! Nein! Ich hasse ihn mal aus! What the fuck? Was ist das? Hä, bin ich da? Also Leute, ich blick's grad ehrlich nicht! Nun geht's jetzt weiter und warum nicht? Also, äh... Sorry, aber... Zwei Wege für eine Kampagne? Ist schon etwas hart, oder? So, der letzte kriegt noch die Kombo ab! Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich da jetzt äh... der Wichtige ist, weil... irgendwie... kommt's mir gerade so vor, als ob da zwei Wege für... eine Kampagne gibt, oder... keine Ahnung... also, äh... bitte sehr! Ohlala! Kommt ihr mir blöd? Dann komm ich euch auch blöd! Und zwar noch blöder als ihr mir! Nein, 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 nein! Meine lieben Freunde! Also das... So geht's ja mal überhaupt nicht, gell! Ohlala! Ich glaub ich... weiß wie's lang geht! Oh, sieht das geil aus! Ist das stark! Jetzt geht's ne harte... Jetzt geht's ne harte Tour! Gut einprägen! Gut alles einprägen! Wird gebraucht! Das sind wir zum Beispiel mit dem Schild, das wir locker noch gebrauchen können! So! Oh, ich lieb' dieses... schön... diesen schönen... langsame Duplikatorn! Aber ich hab' das nicht zu ziehen! So viel einsam sind, so hab' ich keine mehr! Oh, wie lieb' ich es! Ich liebe es! Ich liebe es! Ich liebe es! Ich liebe es so extrem! Multiplikatoren einzusammeln! Von denen man ahgenau weiß, man kriegt nix mehr! Oh, mal 10er! Bitte einsetzen! Klacketik, klacketik! Bitte! Bitte! Lass es nicht das Schluss sein! Nein! Ich sag's auch noch! Och! Och, Mann! Hä? 10! 10 Multiplikatoren! Äh! Gott! Verleiter Multiplikatoren! So, la, la, la! Jetzt wird's lustig! Und! Juhuu! Geil! Job! Yes! Ah, ja! Bin ich jetzt? Ähm, dafür brauch' ich... braucht man eine Fackel! Die gibt's da! Die gibt's da! Oh, Mann! Das ging! 30! Die machen wir mit links! Wir haben 60... Wir haben ein 100 Römer gerade platt gemacht innerhalb von der Rekordzeit! Da werden wir wohl 20 glaube ich auch noch hinkriegen, oder? Auch dazu, wenn sie immer so schön in vierer Pack kommen! Und jetzt ist es noch ein paar Hinkriegen! 1,5 1,5 1,5 1,5 Ah! Tschüss! Viel Spaß beim Mond! So! Revertierkanone! Schön draufhalten! ich glaube ich bin doch ich bin doch vorhin richtig gewesen ich könnte wetten daran so ein marktkerl hundertprozentig war da so einer haben wir gerade auf also so viele so viele laubergrenze können wir gar nicht vergessen haben wo der heli holen speiseplatz geht es jetzt schon wieder nein lauf und spring scheiß dreck 9 9 9 9 9 9 nene Nein, 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 nein! Tschüss! Hu... Hu 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 hu... Wie geht's jetzt hin? Fuquit! Ne Maschine wieder mal... Mm. Ah ja, die fliegen nicht mehr durch die Luft. Das ist ja auch ganz schön. das kann etwas länger gehen, zumal ich da außen rumhüpfen muss anscheinend. Ah, für die Mime und es scheint die Brau von Tragikomik zu sein, was aber nicht mehr wie die hieß. Wenn nicht, dann ist es halt Baller. Auch gerade keine Ahnung. Also zwei Lagergrenze. Mhh man, werden ein Kombo haben können. Sauerei. Gibt's doch nicht. Am Dengar. Am Dengar. So. Schönes doch. Geld regiert die Welt. Hi-ha, hi-ha, hi-ha. Wuhu. Was bitteschön, Bob, das jetzt. Vielleicht schaffe ich's ja doch noch. So. Auch Asterix. Wunderbar. Wow. Wir können Glück haben, dass die Maschine nicht die Dinger wieder einziehen. Das sind riesig. Werben mit Bier drin sind. Also das ist ja echt sehntödlich. Von einer gewaltigen Kriegsmaschine bewacht. Das merkt man gewaltig jetzt. Oh, scheiße, ey. Diesmal nehme ich den sicheren Weg. NEIN! sicher logisch na ah fuck